Hallo liebe Teilnehmer, dieses wunderbaren, atemberaubenden Rap-Turniers. Aus verschiedenen Gründen, sowohl persönlichen als auch denen der Teilnehmer, wird die Frist vom 24.03. auf den 31.03. verschoben. Das ist dann die gleiche Frist wie im Loser Bracket, also dem Justin Selfie Battle. Und ja, das war eigentlich schon die Info. Sagt zu euren Verwandten, Freunden und Teilnehmern, die es vielleicht nicht gesehen haben, wir sehen uns dann am 31.03. euer PodenkoboldLP.